2024 hat uns schon die erste neue Windel gebracht. Die Tiny Tales von Abu ist seit kurzem im Vorverkauf erschienen und ist gleich aus mehreren Gründen auffällig. Erstmal ist es die erste Windel-News-Folge, in der Abu eine neue Windel herausbringt. Dann ist es eine Windel, die sich an Foris richtet. Foris möchten Tiere vermenschlichen, wie man es in Cartoons sehen kann, beispielsweise durchsprechen. Ein Teil dieser Subkultur macht das, indem die Personen sich selbst als ein Tier ihrer Wahl verkleiden. Diese sind am auffälligsten, auf den Bildern seht ihr ein Beispiel. Die gibt es natürlich auch mit anderen Tieren, je nachdem, welches dem Träger des Kostüms am besten gefällt. Windeln sind hier praktisch, weil man diese teils aufwendig gestalteten Kostüme nicht so leicht ausziehen kann, um aufs Klo zu gehen. Es gab bisher aber noch keinen Hersteller, der eine Windel ausdrücklich für Foris gemacht hat. Ich persönlich kenne auch wenige aus der Szene, die offen damit unter den ABDL-Windelträgern mitmischen. Es ist eher die Ausnahme. Etwas öfter habe ich von Püppis gehört, auch hier passen Windeln gut dazu. Natürlich geht es Abu nicht nur um Furis. Das ist zwar das Motto der Windel, aber die Motive werden sicherlich einigen ABDL ebenfalls gefallen, die mit Furis wenig oder gar nichts zu tun haben. Auf den identisch bedruckten Windeln sieht man vorne mehrere pelzige Tiere an Ballons hängen. Hinten am Po sind alle insgesamt vier Tiere winkend nebeneinander abgebildet, umgeben von Regenbogenfarben. Oben umrandet ein Streifen mit bunten Farben die gesamte Windel. Sie ist komplett über die gesamte Fläche bedruckt, auch an den Seiten. Je genauer man sich die Motive anschaut, umso mehr Details werden sichtbar. Beispielsweise befinden sich noch kleinere Wolken im Hintergrund. Es ist eine recht aufwendig bedruckte Windel im Positionsdruck. Diese Technik ist wohl das Spannendste, was in diesem Bereich in den letzten Jahren entwickelt wurde. Für alle, die noch nie davon gehört haben, möchte ich es kurz erklären. Bisher gab es zwei Arten, wie Windeln bedruckt wurden. Entweder hat man sich auf den breiten Streifen vorne konzentriert, wo man die Kleber drauf klebt. Oder es gab ein wiederholendes Muster, mit dem die ganze Windel bedruckt wurde. Das Muster musste dabei so gewählt werden, dass es an jeder Stelle abgeschnitten werden konnte. Die Schneidemaschinen für die Außenfolie wussten nämlich nicht, wo genau das sein wird. Das schränkt die Gestaltungsmöglichkeiten ein, weil man nicht genau wusste, was hinten und vorne sein wird. Beim Positionsdruck wird der Schneidemaschine eine Art Schablone gegeben, damit sie die Folie genau da abschneidet, wo das Motiv aufhört. Sehr deutlich könnt ihr die Grenzen des bisherigen Drucks zum Beispiel bei Krinkel sehen. Dort sind oft am Anfang der Windel die Maskottchen teilweise abgeschnitten. Da sie sich wiederholen, fällt das nicht so sehr auf. Aber stellt euch das mit einem großen Motiv wie bei der Tiny Tails vor, es würde katastrophal aussehen, wenn die Hälfte des Motives fehlt oder es verrutscht. Die Little Paws ist ebenfalls ein Beispiel für die wiederholenden Muster mit den Pfoten. Ich finde das eine sehr spannende Entwicklung. Die Tiny Tails ist bei Abu eine der ersten Windeln im neuen Positionsdruck. Sie hat Außenfolie, was die große Mehrheit von euch freuen wird. Und ist in allen Größen von S bis XL verfügbar. Das ist nicht mehr selbstverständlich, in vorherigen Folgen der Windel-News hatte ich euch schon welche vorgestellt, die entweder S oder XL streichen. Manche sogar beide, weil sich dadurch die Kosten reduzieren lassen und Medium-Large den meisten Menschen passen. Zugeklebt werden sie mit wiederverschließbaren Klebern aus Plastik. Außerdem haben sie einen Nässeindikator, den man auf den Bildern sehen kann. Es ist ein gelber Strich in der Mitte der Windel, wie man es von medizinischem her kennt. Wenn sie dort nass wird, verfährt sich der Streifen. Bei der schon erwähnten Little Paws gibt es auch einen Nässeindikator. Dort hat man ihn recht kreativ über die Pfoten in die Windel eingebaut. Je nasser die Windel wird, umso mehr Pfoten verschwinden. Hier hat man sich für eine schlichtere Variante entschieden. Generell ist das bei medizinischen zwar üblich, bei ABDL-Produkten jedoch die Ausnahme. Die Saugleistung ist mit 7,5 Litern angegeben, soll jedoch je nach gewählter Größe anders ausfallen. Auch das ist nicht unüblich, eine Krinkels in Größe Small beispielsweise hält weniger aus, als die gleiche Windel in Medium, schließlich steht bei einer kleineren Größe weniger Saugfläche zur Verfügung, um Flüssigkeit aufnehmen zu können. Ansonsten verspricht ABU eine verbesserte Außenfolie, die sich noch weicher anfühlen soll, als bei ihren anderen Windeln. Die Packung haben wir uns bisher noch gar nicht angeschaut, doch die ist auch einen Blick wert. Wie bei anderen Herstellern geht der Trend weg von den rein zweckmäßigen durchsichtigen Folien, auf die nur ein oder maximal zwei weiße Etiketten aufgeklebt werden, um die wichtigsten Informationen zum Hersteller und der darin enthaltenen Windel aufzulisten. Das war lange Zeit so üblich und viele Bestehende machen das auch weiterhin so. Bei den neueren konnten wir schon in vorherigen Folgen der Windelnews sehen, wie die Packung nun ebenfalls ein komplettes Design bekommt und daher vollständig bedruckt ist. Das ist bei der Tiny Tails auch so. Hier findet man nicht nur die bekannten Motive, hauptsächlich von der Vorderseite, sondern genauso andere Design-Elemente wie zum Beispiel den Regenbogen, der einmal um die ganze Packung geht und damit neben den Motiven auch ein Wiedererkennungswert ist. Ähnlich wie auf der Windel gibt es auf der Packung ebenfalls weitere Details zu sehen, die einem vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen. Die vier Größen von S bis XL sind zusätzlich in Zahlen angegeben. Das ist an Kinderwindeln angelehnt, in denen es für die Größen keine Buchstaben gibt, sondern Zahlen. Diese Zahlen fangen nicht zufällig bei 7 an, bei Pampers war lange Zeit die größte Windel die mit der Größe 7, teilweise ist es das bei anderen Marken bis heute. Mittlerweile gibt es Pampers 8, aber nicht weil die Windeln größer geworden sind, im Gegenteil. Man hat bloß die Größen gestreckt und die Zwischengrößen mit Plus abgeschafft. Die Größen in Zahlen auf der Tiny Tales haben also die Botschaft, wo die Kinderwindeln aufhören, fangen wir erst an. Und zwar mit großen, bequemen Windeln für die Großen. Es ist ein nettes Gimmick, sonst hat es aber keine Bedeutung, die üblichen Größen sind nach wie vor in Buchstaben und es wird der Umfang darunter geschrieben. Vor allem danach sollte man gehen, weil egal ob nun Medium oder Größe 8 auf der Packung steht, Größe und Schnitt sind nicht bei jedem Hersteller gleich, vereinzelt unterscheiden sie sich sogar mit verschiedenen Modellen mal. Die Windel wurde übrigens vom gleichen Designer entworfen wie die verbreitete Peak Abu, zu ihr hatte ich bereits einen Praxistest gemacht. Derzeit sind die Windeln im Vorverkauf, aber nur über den eigenen Shop von Abu. Die Auslieferung soll zwischen Mitte und Ende Januar 2024 erfolgen. Für alle aus Europa gibt es davon einen eigenen Ableger, damit die Versandkosten nicht zu extrem hoch werden. Ein Preis steht zwar nicht dran. Wenn man sie in den Warenkorb legt, sieht man jedoch, dass eine Packung 36,95 Euro kosten wird. Es sind 10 Windeln enthalten, somit 3,69 Euro pro Stück. Das ist ein hoher Preis, der sich nahe in Richtung der hochpreisigen Windeln bewegt, die Abu bereits teilweise anbietet. Inwieweit das im Verhältnis zur Saugleistung steht, ist schwer zu sagen. Die Messung erfolgte auch nicht nach Isonorm. Hier muss ein Praxistest zeigen, wie viel die Windel aushält. Was denkst du zur neuen Tiny Talks? Tausche dich gerne mit mir und anderen ABDL in unserer WhatsApp-Gruppe aus, den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten kannst du es auch hier auf YouTube in die Kommentare schreiben. Bleib trocken, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017